Ja, hallo lieben Christian Schmeyer, Partner, Volksdienstcoach, Physiologo, ja heute mal kein Julian Zietzlo. Genau, hat sich auch nicht weiter geeignet, da was zuzumachen. Ja, heute geht's um das Thema, ja, es kommt immer alle zwei, ja, also in jeder Beziehung, die ich habe, kommt so nach zwei Jahren so eine gewisse Sexlosigkeit auf, woran kann das liegen? Und genau, jetzt, morgen geht übrigens dann die Dauer-Fasten-Kur los, letzte Tag reduzierter Preis und ihr könnt auch noch einsteigen dann genau in die Selbstliebe-Challenge und die Manifestations-Challenge und ich muss erstmal gerade was gegen meine Allergien tun. Ja, ich war gestern den ganzen Tag im Wannsee zu dödeln, aber ich muss echt sagen, also es gibt nichts, was meine Allergien mehr antriggert als lange im Seeschwimmen, das ist echt verrückt, aber gut. Ja, Nachricht von Anna Steffskola, du kannst auch solche Nachrichten schicken über ein Formular auf libysche.de und sie schreibt, hallo Christian, erstmal danke für deine tolle Arbeit und deine wirklich interessanten Bücher. Ähm, genau, mein neues kommt ja auch bald raus. Feuer und Flamme wäre vielleicht auch was für dich. Ich schreibe dir, weil ich ein Problem mit meiner Beziehung und meinem Sexleben habe. Vielleicht du schaust dir mein Muster. Ich stelle mich am meisten einfach mal kurz vor. Ich bin in den 40ern, habe einen abwirkungsreichen Beruf, viele Hobbys. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden in meinem Leben. Leider hatte ich bisher noch kein dauerhaftes Beziehungsglück. Ich hatte immer Langzeitbeziehungen, in denen nach anfänglicher Leidenschaft das Liebesleben zumeist nach zwei bis drei Jahren komplett eingeschlafen ist. Wenn ich bei einem Partner darauf angesprochen habe, kam meist als Antwort Stress im Job. Also Stress im Job kann es natürlich mal sein, aber meistens sind es halt andere Sachen. Also erstmal solltest du dich auf gar keinen Fall schlecht fühlen. Also in Langzeitbeziehungen nimmt natürlich Sexualität in aller Regel ab. Es sei denn, man hat so absolut hyperaktivierte Beziehungen, wo es ständig drunter und drüber geht. Wenn ich das Thema auch überhaupt Unteraktivierung und Überaktivierung interessiert. Überhaupt Beziehungen, guck mal in mein erstes Buch rein, der Liebescode. Hast du ja scheinbar schon gemacht. Und ja, also das passiert. Ich sage jetzt auch mal so einmal im Monat oder zweimal im Monat, würde ich mal sagen, auch wenn die Untersuchungen mir immer was anderes sagen. Aber ich glaube dem persönlich nicht so richtig, weil, weiß ich nicht, ich habe so viele Paare gesehen. Und ich würde mal sagen, für viele ist das so ein-, zweimal im Monat, wenn man lange zusammen ist. Ob jetzt zwei Jahre lange ist, das können wir natürlich diskutieren. Aber so, wenn man wirklich länger zusammen ist, ist das jetzt nicht irgendwie unnormal, würde ich auf gar keinen Fall sagen. Und auch mal so eine Phase von gar nicht. kann auch, kann ja mal, dass irgendjemand mal wirklich ein ätzendes Thema hat, über einen gewissen Zeitraum oder krank ist, kann das natürlich auch mal sein. Aber ob jetzt zwei Jahre ist natürlich, auch drei Jahre ist natürlich jetzt nicht so super lang, muss ich auch sagen. Und ich persönlich glaube nicht, dass sowas jetzt am Stress auf der Arbeit liefert. Wenn man sich jetzt verliebt und man Stress auf der Arbeit, dann geht es ja auch problemlos. Also es gibt natürlich immer so diese Vier-Jahres-Geschichte, die sich so in der Forschung zeigt, dass im Schnitt weltweit Beziehungen so am häufigsten so nach vier Jahren auseinander gehen, wenn sie nicht vielleicht schon im ersten Jahr auseinander fliegen. Da bist du natürlich auch so ein bisschen eng dran. Ähm, ja. Und dann, also wo ich immer gucken würde, ist, äh, ist zu viel Nähe so, ne? Zu viel Nähe, ähm, macht ihr, also seid ihr zu eng aufeinander? Seid ihr so als Paar vielleicht auch so zu, also neigst du zu so sehr flusspoligen Beziehungen, wo vielleicht auch beide so ganz eng aufeinander hängen immer. Und, äh, weil so für, für das sexuelle Leben braucht man halt auch so eine gewisse Abwechslung, ne? Dass man auch mal Sachen getrennt macht, äh, jeder mal sein eigenes Ding macht, äh, dass, ähm, weiß ich nicht, mal auch mit Freunden genug macht, dass man mal alleine, auch häufiger mal was alleine macht, so. Also, dass da auch so eine gewisse Spannung reinkommt. Also, Sexualität braucht diese Spannung, ne? Aber was passiert denn da jetzt? Und, ach, jetzt ist jemand alleine mit ihren Freundinnen aus und mal gucken. Oder jetzt ist, mal, jetzt sehen wir uns mal eine Woche nicht. Was, wie wird's wohl sein? Und, äh, und so weiter. Ich sag manchmal so, es ist immer so viel Sex da, wie, wie es braucht, um die Beziehung zu erhalten, so. Und wenn auch mal ein bisschen Unsicherheit da ist, dann, ja, dann, äh, braucht's oft mehr und, äh, dann ist auch mehr da, so, ne? Außerdem könntet ihr gucken, ob ihr zu Vanilla-mäßig und soft miteinander kommuniziert halt, also streitige Punkte ausklammert, äh, die Beziehung auch nicht mal so ein bisschen ausreizt oder auch mal ein bisschen an die Grenze bringt, so, ne? Das sind Sachen, wo ich gucken würde, auch, ob du vielleicht, ähm, zu nah dran bist an deinem Partner, dass es dem manchmal einfach, dass es dem einfach nach einer Zeit zu viel wird, äh, weil, wie gesagt, zu viel Nähe killt gerne mal Sexualität, ähm, aber das, das wäre natürlich gut, wenn man drüber reden könnte, so, ne? Wenn natürlich immer nur kommt Stress auf der Arbeit, ja, das ist, das ist irgendwie kein, kein Grund, zumindest nicht, wenn das immer wieder auftaucht, dieses Muster, ne? Also, ich würde euch mal sehr ganz herzlichen auch das Buch, äh, die Psychologie der sexuellen Leidenschaft von David Schnark, also Schnarch geschrieben tatsächlich, witzigerweise, er heißt so, keine Ahnung, nichts für, äh, echt ein tolles Buch, um, ja, äh, also, der ist da wirklich ein Meister drin, glaube ich, so, in Langzeitbeziehungen, könnt ihr auch euch zwei Exemplare kaufen und, also, arbeitet das mal durch für euch, das kann man wirklich sehr empfehlen, weil der wirklich super rausarbeitet, wie dieses, zu wenig Anreibung, zu viel Nähe, ähm, ja, zu Problemen in der Sexualität führen kann und da würde ich auf jeden Fall mal gucken, also, da das jetzt so öfters vorkommt, ich meine, klar, es kann auch, kann auch mal, aber das ist, glaube ich, echt selten körperliche Gründe geben, aber nicht, wenn das jetzt immer wieder auftaucht und, ähm, ja, also, aber du brauchst auf jeden Fall einen Partner, denke ich, der dir auch mal sagen kann, woran es für ihn liegt, so, äh, auch wenn das schwierig ist, also, das ist genau die Art von Gesprächen, die ihr da führen müsstest, also, das würde ich auf jeden Fall nochmal probieren, so, äh, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, äh, soll ich mich besser gleich trennen, bevor ich wieder Jahre meines Lebens verschwende oder am Ende ersetzt werde, äh, ja, gut, ich meine, du kannst es auch zu einem Standard oder sogar einem D-Breaker machen und auf gar keinen Fall würde ich Jahre verschwenden, also, wenn du, das für dich ein wichtiger Bereich ist und, ähm, also, da hilft es auch tatsächlich, ähm, also, manchmal ist auch, muss ich auch sagen, zu viel reden, ich meine, man muss mal einmal dem auf den Punkt kommen, aber dieses, dass man das allein durch, wie soll ich das mal sagen, das hört sich jetzt so widersprüchlich an, ähm, also, reden hilft dann, glaube ich, wenn es eher so diese Unterschiedlichkeiten so betont und Reibung erzeugt, ne, also, reden hilft, glaube ich, nicht, wenn, wenn man sich wieder so in so einer Gemeinsamkeitssoße da irgendwie tummelt, dann hilft reden nicht viel, so, oder kann sogar kontraproduktiv sein, das ist ein bisschen vertrackt, auch echt ein vertracktes Thema, aber was tatsächlich helfen kann, ist, äh, einen D-Breaker zu setzen und zu sagen, du, das reicht mir nicht, also, habe ich keinen Bock drauf, dann, ähm, guck mir das jetzt noch drei Monate an, das würde ich auf jeden Fall machen, ne, und dann, ja, suche mir jemand anders. Und das bringt ja auf jeden Fall Reibung rein, ne, ich meine, das bringt, manchmal bringt es für Männer noch mehr Reibung rein, weil das auch so in der männlichen Polarität liegt, ähm, dieses so sehr vehement auftreten, aber kann man als Frau auch machen und kann auch, kann auch Wirkung haben, würde ich auf jeden Fall, äh, thematisieren und auch mit, äh, sagen, das werde ich nicht, das wird jetzt kürzer sein, ne, das werde ich nicht wieder so lange mitmachen, das wolltest du auf jeden Fall kommunizieren. Ich erreiche durch Gespräche nichts, okay, das hast du ja auch schon gemacht, äh, grundsätzlich finde ich es einfach nicht normal, wenn in einer Beziehung doch alles stimmt und dann keine Lust auf Sex da hast. Also mit dem Normal, da wäre ich immer ganz vorsichtig bei Sexualität so, weil, ähm, also erstmal gibt es auch so einen Coolidge-Effekt, äh, könnt ihr gerne mal googeln, ist auch im neuen Dramakurs drin, dass, ähm, ja, also das ist, wie soll ich mal sagen, dass es immer mit dem gleichen Partner zu schlafen, ähm, auch mal unspannender werden kann so, äh, das heißt jetzt nicht, dass man wechselnde Partner haben sollte, nur man muss sich ein bisschen darauf einstellen, ne, und hab ja schon gesagt, man, äh, es gibt immer diese zwei Bereiche in der Beziehung, ne, das ist so Chemie und, äh, Kompatibilität, vielleicht seid ihr auf der freundschaftlichen Ebene, bist du vielleicht super mit deinen Partnern, ähm, aber ich würde mal sagen, in jeder Beziehung ist die Decke irgendwo ein bisschen kurz, so, ne, und, ähm, ähm, also das ist, glaube ich, wirklich eine Meisterschaft und ganz schwierig, beides so einigermaßen auf die Karte zu kriegen, aber ich würde schon auch sagen, also nach zwei Jahren sollte das jetzt nicht so ein Riesenthema sein, also dass du dich da sagst, äh, das passt für mich nicht so richtig, äh, kann ich total verstehen auf jeden Fall, aber mit Normalität und so kommst du da bei dem Thema, glaube ich, nicht weiter, ähm. Wir haben nicht mal Kinder, was sagst du dazu, warum gerade nicht mehr wir an solche Männer, ja, also, ich hätte jetzt mehr beschreiben sollen, wie dein Mann so ist, äh, vielleicht gibt's da so ein Beuteschema, was sagt das über mich aus, also, wie gesagt, ja, gut, ich hab das ja schon gesagt, ne, man müsste wirklich gucken, ob zu viel Nidiness, Klinginess, Nähe, ähm, aufeinander rumhocken da ist, ähm, ja, vielleicht kannst du mir weiterhelfen, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Beste, Grüße, ja, also, ich würde auf jeden Fall, auch da für, ähm, für dich und dann auch irgendwann mal ausgesprochen ein Ultimatum setzen, äh, jetzt gar nicht so böse oder so, ne, ich würde ihm da jetzt, das bringt ja jetzt nicht, wenn er den runterputzt dafür, wenn er jetzt keine Lust hat, dann hat er keine Lust, ne, das gilt für Männer wie für Frauen, so, aber, also, deswegen sage ich auch bewusst, Dealbreaker, das heißt nicht, du musst das jetzt tun, sondern das heißt, ja, das ist für mich einfach nicht, wie ich mir eine Beziehung vorstelle. Ähm, ist nichts falsch mit dir, ne, wird auch nicht so, auf gar keinen Fall so, das ist nicht normal, weil du bist nicht männlich oder, ähm, ja, das bringt gar nichts, so, ne, wie gesagt, das ist, das würde ich auch immer noch sagen, das ist für Männer, ähm, das ist irgendwie, wird von der Gesellschaft als unnormaler wahrgenommen, dass sie keine Lust haben, als wie für Frauen, aber das ist Quatsch, das kann man ja genauso sagen. Und natürlich kann es auch was mit Stress zu tun haben, vielleicht hättest du nur Männer in so Katastrophenjobs, aber andererseits wirkt auch viele Männer, äh, Stress und richtig gefordert sein wirkt ja auch vitalisierend und eher, eher erotisierend, also von daher, keine Ahnung, ähm, aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall Grenzen ziehen und ich kann nur immer wieder sagen, es sind ja keine toxischen Beziehungen, also es ist, ähm, werde immer frei davon im Gedanken, dass jede Beziehung, das ist auch so ein gesellschaftlicher Gedanke, ich glaube, den können wir mal loslassen, dass jede Beziehung immer 10, 20, 30, 40, 50 Jahre gehen muss. Nein, es ist, es ist toll, wenn Beziehungen so lange gehen, ähm, aber es ist auch vieles nicht toll und, äh, es ist kein schlechtes Leben, also wenn du jetzt bis 80 nur zwei- bis dreijährige Beziehungen hast, das ist kein schlechtes Leben, also es ist gut, das mal ein bisschen zu normalisieren, aber bleibt nicht ewig in seiner Sache, die keinen Spaß macht. In diesem Sinne macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder, wieder, Schräulim.